Ich stelle jetzt erst mal ein bisschen Kohle her, deswegen. Ähm, wo bin ich, sorry, ich bin hier. Äh, was, äh, wo ist sie denn? Ich bin gerade draußen. An der frischen Luft? Ja, das ist, äh, entstellt du, was du von der Quest brauchst. So. Wir bräuchten, äh, gab es da nicht noch irgendeine Quest wegen, was du... Ah, nee, äh. Tier 2 oder 3. Heavy Duty Plates. Irid, ach du Scheiße, du brauchst Iridium. Wir brauchst einen Block of Dash. Wir könnten Solar Pendel 2 herstellen. Hm. Wir haben eine Option. Ähm, ich frage mich gerade, wie Cassie sich das hier gedacht hat. Ach so. Äh, Melvin? Ja. Denkst du dran, dass du auch noch die Rocket Lounge Pads craften musst? Äh, die Rocket Pads? Hm. Hm, 2 haben wir schon. Ich baue dort oben soweit schon mal die Maschinen an, die ich habe. Ich habe nämlich noch 3 Fuel Loader. Raunch. Raffinerie brauchst du nicht craften, Tyrox. Da habe ich 4 Stück. Hm. Die wärmer bestimmt brauchen, oder? Die Raffinerie für was? Äh, wir haben auch noch diese Öl-Dinger, oder? Also, ich habe noch 2 Öl-Dinger, Spummen's Plates. Ach so, die meinst du von Galactic Craft? Hm. Äh, die haben wir leider schon. Also, wegen der Quest. Ach so. Aber ist ja eh egal, also... Äh, so? Uuuh! Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Oh, leck mich doch am Fuß. So, wir brauchen noch einen Fuel Loader. 1, 2, 3, 4, 5, ne? 3, äh, Rocket Pads und einen Fuel Loader. Warum? Ihr könnt ihn doch einfach abbauen. Fürs Erste. Nö, das wird alles zusammen gemacht hier. Ich tue auch einen großen Tank machen, wo dann das Rocket-Zeug reinläuft. Ach so. Und das verteilt sich doch dann automatisch. Also so, wie ich auf der Sky-Insel bei mir und den Mädels gemacht habe. Oxygen-Sealer, nein. Das da rein. Äh, ich habe noch einen Fuel-Kanister. Einen vollen und einen mit 179. Hier habe ich die Tanks. Hier habe ich die Cables. Hier haben wir die Energy-Cables. Und die Fluid-Notes. Brauchst du noch Basic Wafer, ähm, Melvin? Basic Wafer? Ja, diese runden Platten für irgendwas. Ach so, ähm. Jetzt Raketen mäßig. Nee. Okay. Ähm. Ja, Cassie, das hast du zwar wunderschön gebaut. Das weiß ich nicht wohl mit den Tanks. Ähm. Äh, was mir gerade einfällt. Wie wollen wir die Fuel-Loader befüllen? Mit Fuel. Also automatisch aus so einem Tank. Das geht ja gar nicht. Die haben gar keinen Zugang. Sehe ich, Crawl. Die haben nur einen Energie-Zugang. Ach nee. Äh, ich weiß, wie ich das mache. Mit Ender-IO-Kabeln. Die kann ich doch zusammen kombinieren. Gut. Golden Nugget. Äh, habt ihr vier? Nee, ich hab schon. Wir haben hier auch Gold. Wir haben sieben Nuggets und sechs Gold-Bahnen. Nee, nee, Gold war nicht das Problem. Das hab ich ja schon gesagt. Ist das denn jetzt leer hier? Ähm. Ähm. Oh, tschau. So. Ähm. Nee, das hat nur... Wo kann ich die Blöcke dabei einsortieren? Oh, perfekt. Ähm. Äh, das ist mein Schärm. Mach ich's da hin. Aha. Ja. So, sie wählt. Dafür brauch ich ja diesen Alois-Melter. Genau. Bei Öfen. Fluid-Konduits. Konduit-Binder. Ich brauche... Binder-Komposite. Ich brauche... Scheiße. Sessi. Kannst du Sand und Gravel herstellen? Und zwar... 64 Sand. Eins und drei Stacks Gravel. Vier Stacks Sand und wieviel Gravel? Äh. Vier Stacks Gravel und... ...eins Stacks Sand. Wird noch Dash benötigt? Ich nicht. Ähm... Bei uns nicht, glaube ich gerade. Ne, wolltest du nicht noch so einen riesen Generator bauen? Ich glaube, da braucht man nur einen Teil dafür, deswegen. Aber... Ihr habt jetzt trotzdem 41 Dash in den gibt's zu. Ja gut. Mach was draus. Okay. Wir vertrauen auf dich, Detox. Wirklich? Ja. Wir sind verloren. Stimmt, du hast unsere Luftschleuse in die Luft gejagt. Außer dem nicht nur das. Überleg mal weiter. Äh. Wehe, du schmeißt das in irgendein Chemiegelding rein. Ich glaube, dann rennst du freiwillig um dein Leben. Ne, warte mal. Ich glaube, das kann man gar nicht dekompressen, oder? Ne, zum Glück nicht. Trotzdem. Ich war nicht einfach schon mal vor Detox. Ne. Äh. Wo soll die Tonen kommen, glaube ich, da? So. Ne, 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 ne. Ich war noch. Kau. Dasch. Dasch, die K. Dasch, die K. Gut. Zack. Ähm. Geht nicht. Schade. Also brauche ich wohl doch den. Na gut. Stuhlösschen. Auf das M... Mimösschen. Genau. Ähm. Zack, zack, zack. Also das. Und... Und... Das leicht gerade leider nur für drei Stacks und ein Sand. Zack, ne. Genau. Äh, drei Stacks und elf. Nicht eins. Warte mal. Wie viel Stacks Sand hast du jetzt gemacht? Drei und elf. Und ein Stack Gravel. Nein. Drei Stacks. Genau anders. Drei Stacks Gravel und ein Stack. Drei Stacks Sand. Egal. Dann dekompress... Dekompress ich's halt noch mal. Oh. Hassiert. Ähm. Holt. Ein. Redstone. Ich bin dann fürs Erste weg. Alles klar. Alles klar. Anhört sich, ja. Tschüss. Ähm. Ich hab doch irgendwo noch so ein komisches Gerät gehabt. Ah, ne. Da hab ich wohl hier erstmal den... Ne, hier ist nix. Fuck. Brauch ich. Äh. Wir haben Pilzer. Ja, vielleicht. Bei uns unten im Lager drin. Fuck. So. Perfekt. Leckmill. Gut. Dann. Hol' ich jetzt erstmal diese Leckmill. Und dann Klemmerküste mache. Juhu. Ich bin so stolz auf mich gerade. Kacau. Du hörst dich ganz schön müde an. Ne, ich bin nicht müde. Das nur weil... Ja, weil... Ja, weil... Hab ich gerade mich eigentlich auf... Was hab ich mich eigentlich gefreut? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Zweier frei. Also hier. Jetzt hab ich's. So, Klai. So. Mach ich erst mal die Secken rein. So. So bist du. Ich bin gerade hier oben. Ich muss ja mal... Ganz kurz von Cassie versuchen, etwas zu erweitern. Das ist weltweit hergestellt. Sehr schön. Also die Konstruktion an sich. Ja, läuft. Wortwörtlich. War schon irgendwo was für Gravel? Nein. Okay. Dann mach ich das hier hin. Dann. Dann mach ich nebenbei jetzt noch... Oh Gott, den Generator. Generator, Gas-Turban-Controller, Redstone. Och, du meinst mal... Ich hab jetzt hier draußen, ähm... ...Tanken gebaut. Aus 3x6. Das wird auf jeden Fall erst mal reichen. Alles, was ich euch jetzt schon sagen kann. Wir brauchen eine Menge. Doll. Den Fluid Intake, das war... Mit dem Chamber und Mixing Chamber, okay. Das da hin, das da hin, das da hin, das da hin. Dann brauche ich das nicht und das nicht. Das brauche ich aber erst mal, ne. So, jetzt haben wir das mal wieder ordentlich bepfüllte Lufttanks. Aber da war noch was anderes, was ich machen wollte. Ach so, hier. 1, 6 Sand. 1, 2, 3. Und... Davon brauche ich was. Dann kann ich jetzt Soulbinder herstellen. 4 Stacks, läuft. 4. Jetzt erst mal da rein die Kiste da rein. So, dann kann ich die Fluid Cables machen von Ender.io. Ja. Und dann kann man hier draußen anfangen, Zeug herzustellen. Ja. Oh, Crusher. Was macht der mir aus Oak Saplings? 4 Sticks. Okay. Und was macht der mir jetzt aus den Sticks? Nix. Nichts. Arschloch. Loch. Äh, Modul Extraction. Ach du, Heidegger. Das braucht richtig viel Eisen. Richtig viel. Bedienst du dich bei uns? Ich kann bei uns ganz viel. Wir haben glaube auch nicht. Ähm... Wir müssten ordentlich was da haben durch die Meteoriten, ne? Wir haben 8 Eisen und 9 zu Meteoric Eisen. Äh, nee. Du kannst doch das mit die Meteoren zu, hier, Broken Iron Ore machen. Ach das. Und das machen wir. Ach ja. Das schmelzt sich gleich durch alles. Können wir ja hier automatisch machen. Und wir haben dann 64, 2x64, 3x... Wir haben dann 4x64 Eisen. Tyrox, wenn du was brauchst. Ich muss es nur durchschmelzen. Also, ich fühl mal her damit. Das sind 4, 6 Eisen, die wir dann haben. Aber wie gesagt, ich muss erst durchschmelzen. Aber ich mach erst mal den Soul Binder, damit ich draußen weiterkomme. Bei der Konstruktion. Naja. Aber das geht eigentlich hier ruckzuck so. So. Einmal da rein. Ähm. Den Steam. Genau. Steam. Oh, scheiße. Kommt keine Luft mehr. Melvin ist doch gar nicht hier. Ach Göttchen. Ihr Zwer habt euch gefressen. Genau. Irgendwo hatte ich doch noch einen Hopper, sagen wir mal, wir spielen. Da sind doch zwei Hopper. Haben wir noch einen Ofen irgendwo? Hm. Glauben nicht. Teams, 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 Teams. Da. Da ist es. Weil ich vorher keine Kunden hatte und... Scheiße. Na. Warum ist das? Hier steht schon wieder jemand auf Kata? Nö. Doch. Nö. Ähm. Doch. Nö. Sonst könnte ich dich alle jetzt nicht schlagen. Also. Ich hab nichts mitgekriegt. Ich kann das auch gerne so machen. Äh. Was war das denn? Das hat mich ein bisschen gefühlt. Was? 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 lasp' mich an den Ofenrenzer. Ach, ich habe ja noch nur noch derelche. Wie geht. Sooo. Das Brötchen. Genau. Hier haben wir schon mal was. Die hier, jetzt brauche ich... Scheibenhonig. Scheibenhonig? Du? Ich brauche QuiteClearGlas. Aloysmelder. Mit Quarz. Juhu. Aber irgendwie sagt der mir das auch normales Glas geht, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. 1, 2, 3. Ich teste es einfach mal. Das, das. Nein, geht nicht. Also, habt ihr einen Aloysmelder? Ja. Apropos Quarz, könnten wir ein Quarz Stück haben. Ich bring 50 Stück mit. Okay. Geht auch. Tyrox. Wollen wir die alte da drüben einsperren? Ah, hier bei der Kiste liegt dein Quarz-Ding dort. Hier, 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 hier. Da, da, da. Ah, da. Na gut. Ähm, wo ist euer Schmelder? Melder? Scheiße, ist ruhig Redstone. Signal? Lol, du hast ja gleich erstes Mal von Ender.io das ganze Zeug gemacht. Na, ne, äh, ne Säckmüllbrochen. Ich hab mir das Nötigste gemacht. Äh, warte mal. Wie komm ich an das White Clear Glass? Habt ihr Redstone? Hm, hm. Das haben wir doch auch von euch geschnurrt. Zwei Stück habt ihr. Ähm, Sissi. Wie viel Sand hast du noch mal hergestellt? Wir haben noch drei. Aber ich kann noch ein bisschen was herstellen. Kannst du noch mal 63 Stück herstellen? Was nicht machen. Okay. Ah, Scheiße. Ich brauch Redstone Doom. Äh, oder ein bisschen mehr. Weil dann kann man wieder ein bisschen Soulcent machen. Stell so viel her wie du kannst eigentlich. Ist das Beste. Dann kann ich nämlich den Soulcent hier mal durchsieben lassen. Dass wir wieder ein bisschen Quarz kommen. Weil 50 Quarz gehen jetzt auf jeden Fall drauf. Oh nein. Was? Ich seh mir an so viel von diesem Zeug gekommen. Hm, Aik, du machst doch auch grad diesen... Von dem da. Ich hab bisschen was durchschmelzen lassen unten. Also durch... Weißt schon. Wir haben irgendwas Spezifisches durchschmelzen... Ah, Obsidien. Ja, guckst du mal hier rein? Also... Ja, nein. Ist schon... Äh, Tyrox was wolltest du? Äh, ne, ist schon okay. Okay. Gut. Ja. Merk ich mir. Das nächste Mal. Ja. Jetzt... Wo hab ich... Melon Seeds? Warum zieht der die hier nicht raus? Ist wieder was drinne, was wir nicht haben. Rotten Flash. Hm. So. Jo. Es hat für genau zwei Stacks gereicht. Juppi. Ja, 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 ja. Los, los, los. Zack, 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 zack. Ist doch nicht mal bei mir, aber zieht da. Ich verspüre so ein kleines bisschen Mimimi. Geh weg. Ja. So, ich hoffe, das ist jetzt das richtige Rezept. Sonst fresse ich am Bäsen. Hm. Er haut's durch auf jeden Fall. Dann stelle ich mich hier kurz aufge ein. Oh, man. Bis zum nächsten Mal.